Es gibt ein zweites Maß zur Bewertung der Güte einer multiplen Regression und das ist der sogenannte Multiple Determinationskoeffizient r². Der Multiple Determinationskoeffizient r² repräsentiert nämlich etwas, das wir als Varianzaufklärung bezeichnen, und zwar die Varianzaufklärung, die alle Prädiktoren am Kriterium y leisten. Das können wir uns am besten an einer Zeichnung veranschaulichen. Wir haben eine einfache multiple Regression mit nur einem Prädiktor und einem Kriterium. Diese Veranschaulichung ist unmittelbar auf komplexere Situationen multipler Regressionen mit vielen Prädiktoren generalisierbar, aber am einfachsten verständlich wird sie anhand einer Regression mit nur einem Prädiktor x und einem Kriterium y. Angenommen, wir hätten verschiedene Datenwerte erhoben und wir würden für diese Datenwerte nun den Mittelwert auf der Variablen y berechnen, dann wäre das wahrscheinlich ungefähr dieser Punkt hier. Wir könnten nun die Streuung aller Kriteriumswerte um diesen Mittelwert aller y-Werte berechnen. Das wäre die einfache Varianz der y-Werte, die sich äußern würde in der Abweichung jedes einzelnen Wertes vom Mittelwert in y. Dies ist die Gesamtstreuung im Kriterium, die in den Daten vorhanden ist, die wir erhoben haben. Zuallererst denken wir uns mal, dass wir über unsere n Merkmalsträger in dieser Stichprobe hier rein gar nichts wissen würden bis auf ihre Kriteriumswerte. Vor allem hätten wir keine Ahnung, wie für jeden der einzelnen Merkmalsträger hier die Ausprägung seines Prädiktorwertes x ist. Wir hätten in diesem Fall also eigentlich kein zweidimensionales Koordinatensystem, sondern lediglich diese y-Achse, auf der wir die gemessenen Kriteriumswerte der Personen abtragen könnten. Also zum Beispiel hier, hier, hier und so weiter. Der Mittelwert dieser Kriteriumswert ist wie gerade repräsentiert durch diese grüne Linie. Denn wenn die y-Werte, die hier in dem Koordinatensystem gemeinsam mit den x-Werten eingetragen sind, einfach nur auf der y-Achse abgetragen würden, dann ändert sich selbstverständlich ihr Mittelwert in keiner Weise. Trotz der Tatsache, dass wir keinerlei Prädiktorwerte x erhoben haben, käme nun jemand auf uns zu und würde uns irgendeinen dieser Merkmalsträger hier vorstellen, beispielsweise diese Person hier, und uns fragen, lieber Psychologe, welchen Wert schätzen Sie denn? Wollten wir den Kriteriumswert für diese Person vorhersagen, müssten wir also raten. Welche Zahl würden wir optimalerweise für diese Person raten? Oder für irgendeine andere der Personen in der Stichprobe? Wenn wir gar nichts über diese Person wissen, außer, dass für sie überhaupt irgendein y-Wert erhoben worden ist. Naja, wir wissen, dass der Wert, den wir am ehesten raten sollten, der Mittelwert ist. Der Mittelwert war nämlich derjenige Punkt in einer Datenreihe, für den erstens die einfachen Abweichungen jedes Datenpunktes zu diesem Mittelwert null werden, und zweitens die quadrierten Abweichungen minimal. Der Mittelwert minimiert gleich zwei verschiedene Differenzen, die wir für beliebige Datenwerte zu diesem Mittelwert berechnen können. Wenn wir also Tipps abgeben müssen, ohne irgendetwas anderes über die Merkmalsträger zu wissen, als dass wir ihren y-Wert raten sollten, dann würden wir für jede Person schlicht und einfach den Mittelwert raten. Welchen Vorhersagefehler würden wir dann machen? Nun, das wären für jede Person genau die Vorhersagefehler, die wir hier über unsere grünen Linien repräsentiert haben. Unsere Quadratsumme berechnet aus den hier grün markierten Abweichungen zum Mittelwert oder die daraus zu berechnende Varianz ist also die Gesamtstreuung des Kriteriums. In der multiplen Regression nun wissen wir aber nicht nichts über die Merkmalsträger, sondern wir kennen ja ihre Prädiktorwerte x. Und diese Prädiktorwerte sollen ja gerade dazu verwendet werden, den Kriteriumswert jeder Person möglichst gut vorherzusagen. Wir hoffen also, dass uns unsere Kenntnis der Prädiktorwerte x einer Person in die Lage versetzt, den Kriteriumswert y besser vorherzusagen, als wenn wir einfach nur den Mittelwert aller Kriteriumswerte raten würden. Man könnte den Sinn der multiplen Regression mit diesem Wissen also recht plakativ formulieren über den Satz, die multiple Regression soll uns helfen, besser zu raten. Und mit besser meinen wir präziser, als wenn wir einfach nur für jede Person den Mittelwert raten würden. Wenn wir nun unsere Regressionsgrade bestimmt haben, dann führt diese vielleicht ungefähr so durch die Daten. Und wir können erneut die Abweichung jedes einzelnen Datenpunktes von dieser Regressionsgrade berechnen, indem wir die Abweichung jedes beobachteten Kriteriumswertes vom vorhergesagten Kriteriumswert berechnen. Betrachten wir uns das Ganze für zum Beispiel diesen Datenwert hier noch etwas genauer. Dieser Datenwert hat, wie wir hier sehen, eine Abweichung im beobachteten Wert zum vorhergesagten Wert. Diese Abweichung ist durch diesen roten senkrechten Strich repräsentiert. Zum Mittelwert aller y-Daten allerdings ist die Abweichung dieses Datenpunktes hier noch höher. Diese gesamte rote und grüne Linie hier stellt die Abweichung dieses Datenpunktes vom Mittelwert aller Kriteriumswerte dar. Und man sieht nun, dass die multiple Regressionsgrade offensichtlich einen Teil der Abweichung dieses Datenpunktes entfernt. Nämlich exakt das, was hier als grüner Strich dargestellt ist. Wenn wir die Regressionsgrade kennen, dann können wir für diesen Datenpunkt einen Teil seiner Abweichung zum Mittelwert erklären. Wir können sagen, dass die Variable x ganz offensichtlich für diesen Teil der Abweichung des Datenpunktes vom Mittelwert aller Personen verantwortlich ist. Dieser Teil hier oben hingegen bleibt unerklärt. Das ist die auch nach der Berechnung der multiplen Regressionen bestehende Abweichung des Datenpunktes vom für ihn vorhergesagten Wert. Und worin sich diese Abweichung begründet, wissen wir nicht. Klar ist, dass die Gesamtstreuung, die vorher in den Daten bestand und die wir als Abweichung der Datenpunkte zum Mittelwert berechnet haben, durch die Regressionsgrade vermindert wird. Die Regressionsgrade klärt also einen Teil der Streuung in allen Kriteriumswerten auf, und zwar über die Kenntnis der Prädiktorwerte. Indem wir Prädiktorwerte kennen, können wir für jeden einzelnen der gemessenen Merkmalsträger in unserer Stichprobe zumindest bis zu einem gewissen Grade aussagen, warum sich sein Wert vom Mittelwert aller anderen Personen unterscheidet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.